Und herzlich willkommen zurück zu neuen Let's Play, wir spielen mal weiter, wir haben genug Energie, wir können weiterspielen, wir spielen mal die Bugi-Ugi-Story. Ich bringe uns mal den Namen mit. Ich höre das ein bisschen automatisch so. Okay, wir haben auch noch den nächsten Kampf. Auch da steckt nicht Nico Robin. Oh Mann, das ist schon hier auftaucht, der ist Tobi. Ich möchte nicht irgendwie in die ähneln. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja. Läuft flüssig, geht doch noch ein Gegenweniger, so, ein Danke. Och, komm, bleib nicht immer wieder stark, das nervt. Die Hasen, die mag ich irgendwie. Und vorbei geht's, ich habe noch ein Level geschafft, Level 19, lass mich beraten, ich kann einer beitreten. Code,, Code, D, Code, D. CP, Poement, D, Cp, Monte, Locke, Feltkrimen, Pth, Haldias, L insert Alrightтер. Die ersten Sintel 5 Bewerbe ich mich da auch mal. Ich bewerbe mich dir eher in diesen Stuhl aus. So, machen wir weiter mit der Story. Boogie. Ah komm, bleib nicht stecken. Du Arsch. Und da kommt der Erde. Gönnst mir mal Raffi. Läuft doch lustig. Jetzt kommt Boogie. Ich bin schon mal den rosa-roten. Rosa-rot hält die Not. Und Tod gleich ist ein Boogie. Und Tod gleich ist ein Boogie. Ja klar. So, und jetzt wollen wir mal uns so fliegen. Komm, blick dich. Ach, Mann, oh. Nicht immer stecken bleiben. Ich weiß nicht mal, Bagier. Bagierbüschelschaft. Labe ich wieder in Quatsch. Das läuft doch gut. Und da unten, der nächste schon. Ach komm. Leute, wenn es nochmal stehen bleibt, dann höre ich aus der Schildenden Runden auf. Okay, Leute. Aus technischen Gründen führe ich mit dem Redsplay auf. Der will sich frei bewegen. Mal ein kurzes letzte Problem. Tut mir leid. Bis die Tage. Tschüss. ... ... Vielen Dank.